Und was ist das hier? Das ist Kaffee, wie man sehen kann. Der Hersteller ist mir aber vollkommen unbekannt. Ist der Kaffee denn bereits gemahlen? Gemahlen? Aber nein, das ist Instant. Was ist denn Instant? Oh, ein Löffel davon in die Tasse, heißes Wasser drauf und fertig. Der Kaffee des einfachen Volkes. Oh, ihr berüchtigt. Das ist ja entsetzlich, dass arme Leute keine Zeit haben, um die Bohnen zu malen. Ist also wahr? Die Weisheit des Volkes. 100 Gramm kosten nur 300 Yen. Was für ein schrecklicher Preisverfall. Dann gehe ich eben neuen kaufen. Ich bitte um Verzeihung, dass es keine teuren Bohnen sind. Warte, ein Augenblick. Ich werde ihn trinken. Jawohl, ich werde ihn trinken.